Ciao, Monika! Hallo, Ralf! Forum Offene Schweiz. Ich bin so ein Mist. Schluss müssen wir noch ins Obligatorisch Türkischen. Oder jetzt frühe Serbisch. Ralf, siehst du super aus. Wir müssen jetzt endlich den Buch schneiden. Hallo, how are you? I'm fine, thank you. Fifty. Deal. Ralf, siehst du was doch blöd zu passieren? Was ich grüße so auf Blut? Therese, ich komme. Das ist ein Gundu. Ein Gundu. Ein Gundu. You are illegal. Lass uns vor, wenn ich von SP das erfahren. Der bin ich erledigt. We have a friend, he's a doctor. Aber der ist doch ein Veteriner. Es ist für Ihre Protektion. Hallo? Afro-typtabioinkarte. Wir gehen ein paar Tage. Wenn du fühlst, könntest du auch kommen. Swiss Safari. Sehr schön. Tomorrow we'll see more animals. Theresa! Guten Abend, Mr. Gevela. Ich mag Swiss Safari. Teach them a lesson they will never forget. What else do you want? The guest room. After all, we are guests. Du bist ein bisschen nervös wegen der Wahl. Alles gut. Wenn wir sie jetzt mit spielen, einfach Nerven nicht verlassen. Du hast ja vierte Pfauze verloren.